Hey Leute, das ist ganz höher am Willkommen bei WTN Germany. Organisierte Randale? Nach dem Gewaltexzess bei einem Fußballspiel in Mexiko sind viele Fragen offen. Zum Beispiel die, wie groß der Einfluss krimineller Vereinigungen ist. 21 Hausdurchsuchungen und 14 Festnahmen. Wenige Tage nach den schweren Ausschreitungen im Stadion des mexikanischen Fußballvereins Queretaro FC hat die Generalstaatsanwaltschaft erste strafrechtliche Schritte gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen eingeleitet. Die Vorwürfe, versuchter Mord, Gewalt bei Sportveranstaltungen, Befürwortung von Straftaten. Auch die mexikanische Fußballföderation, FMF, reagierte schnell und verhängte harte Strafen gegen den Verein. Ein Jahr lang müssen die Spieler des Erstligaklubs aus der Industriestadt Queretaro sowie dessen Frauen und Jugendmannschaft in ihrem Stadion La Corregidora vor leeren Rängen spielen. Die gesamte Führung des Klubs wurde suspendiert. Der Gouverneur des gleichnamigen Bundesstaats Queretaro, Maurizio Curi, ließ noch am Tag der Krawalle wissen, nichts bleibe straflos. Kurz darauf wurden Beamte der sichtlich überforderten Polizei vom Dienst suspendiert und einer privaten Sicherheitsfirma der Vertrag gekündigt. Die Botschaften sind eindeutig, wir tun alles dafür, die Krawalle vom vergangenen Samstag aufzuklären. Und wir beweisen, dass wir unser Gewaltproblem in den Griff bekommen. Das war nötig, schließlich hatten die zahlreichen Videos, die nach dem abgebrochenen Spiel des Vereins gegen Atlas Quadalajara in sozialen Netzwerken zirkulierten, im Land und international für Entsetzen gesorgt. Sie zeigen, wie junge Männer mit brutaler Gewalt aufeinander einschlagen und selbst dann weiter auf ihre teilweise nackten Opfer einprügeln, als diese bereits reglos auf dem Boden liegen. Panisch zogen sich die jeweiligen Fans ihre T-Shirts vom Leib, um nicht als solche erkannt zu werden. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer flüchteten von den Rängen auf das Spielfeld, andere versuchten, das Stadion zu verlassen. Doch auch außerhalb der Anlage gingen die Prügelein weiter. Die Spieler zogen sich nach dem Abbruch der Partie in die Kabinen zurück. 26 Personen wurden verletzt, drei befanden sich am Dienstag noch in einem sehr schlechten Zustand.